Ja, und daneben KSB One Racing. Das ist ein Team aus Finnland, ein ganz kleines Team. Da sind keine Werbeaufkleber auf diesem Bike hier. Das ist quasi nackt hier. Und vor allen Dingen, die Kollegen müssen auch nur mit zwei Fahrrad fahren, weil der dritte Pilot nicht einsatzfähig ist. Das wird also, auch wenn es nur, nur über diese Distanz von gerade einmal acht Stunden geht, unheimlich schwierig für Raymond Hesseley und Magnus Colley, die BMW-Pilote aus der EWC mit der Startnummer 12 mit der BMW. Ja, das nächste, das ist das Team Rabbit Transit.